Mit dem nach dem Hamburger Bankier Lerik Moritz Warburg benannten Preis er hat das deutsch-amerikanische Netzwerk Atlantikbrücke Persönlichkeiten, die dazu beigetragen haben, Deutschlands Platz in der Atlantischen Allianz zu sichern und zu festigen. Bisherige Preisträger 1988 Erik M. Warburg Gründer Atlantikbrücke 1990 Paul H. Nütze, Director of Policy Planning US Außenministerium 1992 Henry A. Kissinger US Außenminister a.D. 1994 Manfred Wörner NATO Generalsekretär 1996 Helmut Kohl Bundeskanzler a.D. Veteran der Alliierten Luftstreitkräfte Berliner Luftbrücke 2000 Otto Graf Lambsdorff Bundeswirtschaftsminister a.D. 2002 George Bush Sen US-Präsident a.D. 2004 Klaus Naumann, Vorsitz NATO-Militärausschuss 2007 Kondoleza Reis, US-Außenministerin a.D. 2009 Angela Merkel, Bundeskanzlerin 2012 Helmut Schmidt, Bundeskanzler a.D. Richard von Weizsäcker, Bundespräsident a.D. Den Erik M. Warburg-Preis erhielt im Jahr 2012 der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt bei den Feierlichkeiten zum 60-jährigen bestehendes transatlantischen Vereins, transatlantischen Vereins in Berlin überreicht. Die Laudatio hielt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der deutsche Künstler Xavier Naidoo erwähnt den Erik M. Warburg-Preis im Lied Goldwagen, Goldwagen. Im Text äußert sich Naidoo kritisch zu dem Preis.